Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so erschrocken, das stimmt, das stimmt auffallen. Hey Leute, was geht? Danja hier mit Kanälechen. Hallöchen, alles klar? Ja, und bei dir? Bist du fit? Ja, bei mir auch, bei mir auch. Ach, wir spielen heute wieder Piggy und zwar das neue Kapitel, Chapter 11. Ja, aber ich glaube momentan, ich glaube, wir spielen gerade gar nicht Chapter 11. Nicht? Oh, wurde für was anderes gewartet? Ich glaube schon. Schauen wir uns, wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen bei Piggy. Also wir werden heute definitiv noch Chapter 11 spielen, aber wir sind jetzt hier bei Chapter 7, glaube ich. Finde ich, glaube ich, aber auch noch nicht. Doch, das ist die Metrostation. Waren wir da schon? Ja, ich war hier auf jeden Fall schon mal, ich weiß nicht, ob du schon hier warst. Ich glaube nicht. Ja, schauen wir mal. Okay, trotzdem, Danja, müssen wir hier wieder einen Weg rausfinden. Richtig, ich habe schon mal eine Armbrust. Hier liegt ein lila Schlüssel. Sehr gut, also ich habe einen grünen Schlüssel auf jeden Fall irgendwo. Also hier ist das grüne Schlüssel und ich habe auch den gelben Schlüssel. Der gelbe Schlüssel liegt auch da hinten. Na, ich mache jetzt erstmal hier, perfekt. Was ist hier drin? Jetzt ist Piggy wach. Hier ist, ist hier nichts drin. Okay, alles klar. Also Piggy ist jetzt wach, bei Chapter 7. Hast du ein gelbes Schloss irgendwo? Und hier liegt ein gelber Schlüssel? Ja, nimm den erstmal mit. Ich habe gerade noch eine Armbrust, weißt du? Ja, okay, warte, dann nehme ich den mit. Jetzt hat gerade jemand den gelben genommen und den von Orangen ausgetauscht. Hier ist auf jeden Fall blau. Ich gucke mal unten, ob orange irgendwas ist. Ja. Lass dich bloß nicht erwischen. Ich bin mir nur... Ich bin von Piggy erwischt. Hier ist ein Hammer auf jeden Fall. Was ist hier? Hier ist nichts. Hier ist rot, glaube ich, oder? Habe ich doch schon verreißen müssen. Oh, hier ist Piggy. Oh Gott, wo bist du denn? Unten, unten, gerade. Okay, dann gehe ich. Bleib lieber mal hier oben. Aber sie ist auf dem Weg nach oben, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Okay. Oh Mann. Hast du einen türkisen Schlüssel? Nein, ne? Ne, so gut auch die ganze Zeit. Ein weißer wäre auch... Da ist Piggy. Ich habe die Hammer. Sie ist wirklich krank und ich brauche wirklich, wie ich kann, Herr Pini. Oh Gott, das ist Piggy. Oh Gott, das ist Piggy. Aber wie kommen wir denn... Hi, ich habe einen Hammer. Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Ich kann dir sagen, wo der Hammer eingesetzt werden muss. Hier, hier an der Tür musst du den Hammer einsetzen. Perfekt. Hier haben wir jetzt... Ah, guck mal, hier ist ein türkisches Schloss. Das ist der türkise Schlüssel, ja. Den nehmen wir mit. Wie viel hat man die Karotte? Die hat er gerade mitgenommen, als ich kann. Ne, die... Oh Gott! Oh Gott, das ist irgendwie so erschrocken. Oh Gott. Okay, okay. Schloss ist auf, ist auf, ist auf. Der türkis ist auf. Okay. Kommt man da weiter? Ja. Hier, äh, könnte man nochmal einen Hammer gebrauchen. Hast du den Hammer noch? Nein, 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 nein. Oh nein! Oh Gott! Weißt du, hast du den Hammer noch? Nein. Ich hatte den türkischen Schlüssel dann mitgenommen. Der Hammer ist nicht unten. Ja, okay, okay. Ich hab den. Ich hab den Hammer. Sorry. Alles gut, alles gut. Kann ich dir zugucken? Eigentlich? Ich denke schon, ja, ja, wenn du auf, äh, Play drückst, dann... Ich hab mich so erschrocken grad. Das kann ich dir mal vorstellen. Ich bin grad richtig hochgegriffen aus dem Stuhl. Okay, welchen Schlüssel brauchen wir dafür? Den, ja, nimm, ja. Nimm den mal mit. Ich weiß nicht, ob wir dafür einen weißen Schlüssel brauchen. Wahrscheinlich. Okay, ich muss jetzt erst mal nach... Ich guck mal kurz, wo Piggy ist, damit du... Sie ist unten in einem Raum mit Sitzplätzen, so ein Warteraum ist sie. Leute, wie kommen wir denn hier raus? Wo sind denn die ganzen anderen? Das ist komisch. Ich komm hier nicht... Warum kommen wir hier nicht weiter? Weil hier brauchen wir eine Zange oder so. Wir müssen wahrscheinlich den, äh, Zug erwischen, ne? Damit wir... Also in den Zug steigen, damit wir irgendwie... Äh, ich krieg hier zu viel, ehrlich. Da kommt Piggy. Nein, nicht wieder hoch. Nicht wieder hoch. Gott. Punkt. Ach da. Hm. Ich versteh's nicht. Warum kommen wir denn hier nicht raus? Kapitel 7 ist, äh... Ich check's nicht. Oder... Ach, Piggy. Piggy hat auch eine Falle irgendwo aufgestellt. Was haben wir denn hier? Ich glaub, das brauchen wir. Da hab ich halt schon mal Geld reingeschmissen. Und hat es was gebracht? Ja doch, wir brauchen die... Doch, hier ist er jetzt aber... Nein, da muss ja diese Karte rauskommen. Aber bei mir war dann das Geld weg. Ja. Und es kam nichts raus. Okay, Piggy hat... Ja. Geh mal in den Raum dahinter. Also, in die andere Richtung. Hier. Da hatte ich halt das Geld letztes Mal gesehen. Ne, das Geld liegt jetzt direkt neben dem Automaten. Wir brauchen halt das Geld... Ach, das liegt daneben. Ja, und wir brauchen das Geld, um hier reinzukommen. Ja, richtig. Und ich hatte das Geld vorne und das lag da, in dem Raum. Und... Ich hab das dann auch da reingeschmissen, aber bei mir kam nichts raus. Ja, aber guck mal, Piggy ist auch da drauf, sodass man da gar nicht... Ach, da liegt das Geld. Ach nee, guck mal, da liegt nicht das Geld, da liegt ein Schlüssel, oder? Ach, Mann. Ich komme auch gar nicht da ran. Ja, ja, war klar. Da kommt man nicht ran. Das ist aber auch der Hammer und nicht das Geld, was da liegt. Ja, da lag erst das Geld und dann war es auf einmal... Zu viel. Gut, wir starten in die nächste Runde. Hoffentlich dann Kapitel 11. So, wir sind jetzt tatsächlich mal... Wobei, Kapitel 10 war auch cool gewesen in der Mall. Können wir dann... Okay, wir gucken... Das haben wir ja auch noch nicht gespielt. Nein, nein, mal gucken, wer jetzt überhaupt Piggy ist. Ich bin auch gespannt. Echt? Oh! Ich hab grad gesagt, vielleicht bist du's, ja. Ja, ich glaub, ich war bisher noch gar nicht Piggy, deswegen... Nee, mach's dann nicht. Aber ich werde euch die Chance lassen. Ach, du willst uns die Chance lassen? Ja, zu entkommen. Ja, natürlich. Das ist so ein Außenposten, ne? Ja. Ja. Das ist so ein gruseliges Spiel. Ja. I'm getting bad feelings. So, vielleicht lass ich euch auch nicht entkommen. Ja, du musst uns nicht entkommen. Jetzt bist du aufgewacht. Moin. Khan kommt. Oh Gott. Ich lass dich, ich lass dich ein bisschen in Ruhe, sonst wird's ja zu langweilig. Komm. Ich kümmere mich um die anderen Spieler. Ja, ich würd gern ein bisschen weiterkommen erst mal. Ja, das ist ja wie eine Karotze, aber warum möchtest du ihn jetzt herbekommen? Hier sind halt auch so ganz viele Bots, die dir, glaub ich, helfen sollen? Ich glaube schon, ja. Ich glaub schon. Ja. So eine Person hab ich auf jeden Fall erwischt. Und ich fühl's auch nicht. Oh, ich finde nichts. Ich würde nur sagen, hier finde ich gerade gar nichts. Das liegt irgendwie gar nichts vor. Zumindest so für meine Gefühle. Was sehen die denn alle nach Pies aus? Ja, super. Mein Albtraum. Hier oben ist auf jeden Fall ein blauer Schlüssel, ne Zange. Ja. Ja, ich muss halt irgendwie an diesen ganzen Bots hier vorbei und ich weiß nicht, ob das alles platzt. Ich glaube schon. Wird. Ich bin verwirrt, aber das ist ja nichts Neues, so weit kann ich. Ach so, ne. Also eine Person hilft mir auf jeden Fall nicht. Hier steht, Piggy is gone for 20 seconds. Da wurde ich von einer Person erwischt. Die sieht auch komisch. Ach so. Du wurdest gepaust oder was? Ja, genau. Hat da jemand ne Waffe vielleicht? Ja, aber die Person sieht auch aus wie Piggy. Deswegen ist das etwas vermörend. So. Ich glaube, das ist ein Militärstützpunkt sogar. Ja. Bist du vielleicht hier drinne dann, ja? Nein. Nein, 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 nein. Bin ich überhaupt nicht. Das bin ich ich. Kann, das bin ich nicht. Nein, du bist nicht so gut. Nein, du bist nicht so gut. Oh, du bist nicht so weit. Oh, hier sind sogar Panzer und so. Ich glaube, hier könnt ihr nicht rauskommen. Ich glaube, das wird schwierig. Ich habe jetzt gerade mal einen Schlüssel endlich gefunden. Welchen Schlüssel hast du denn? Den blauen. Ich nehme jetzt mal den grün mit. Das ist halt auch so nervig. Du kannst ja immer nur eine Sache mitnehmen. Ja man muss halt als Team arbeiten. Ja du bringst ja mein Team um. Verständlicherweise aber. Ja stimmt. Ich glaube du bist jetzt sogar alleine glaube ich. Danke dafür. Oh man. Knöder. 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 Du bist zu lang lang. Hier kommt Kann. Du bist zu langsam. Du kannst mich gar nicht kriegen. Mann jetzt kannst du mal irgendwas kommen wo ich reinkriechen kann. Ja, das kannst du nicht richtig. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erwischt! Nein. Oh, nee. Wie ist hier noch eine? Da unten ist noch eine Person, okay. Ja, dann hol dir die mal. Okay, der ist ziemlich gut dabei. Ja. Man ist wirklich langsam. Oh, jetzt sind hier neue Leute. Das wird ja immer schwieriger. Ja, du machst es ja aber auch nicht alleine. Dir hilft ja noch jemand. Sorry. Da konnte er nicht mehr vorbei. Oh nein, jetzt hatte der auch noch das, was er gebraucht hat. Ungänzlich. Sehr ungünstig. Jetzt sind hier schon zwei neue Personen. Stell dir mal vor, du könntest irgendwie auch noch Sachen klauen. Immer eine Sache. Das wäre zu fies. Das wäre richtig heftig, ne? Hier. Hab dich! Ha! Jetzt fehlt nur noch, ich glaube tatsächlich nur noch eine Person. Ja. Oh, ich bin so langsam. Ja. Gut. Aber langsam sein ist nicht stark. Jetzt habe ich wieder einen. Auch sehr langsam. Da ist ja immer noch eine Person. Sogar zwei jetzt. Oh, da kommen immer mehr und mehr. Ich kann ja hier... Wie man hier machen muss? Ja, aber ich... Das hat ja nie ein Ende. Aber ich glaube... Aber ich glaube, das ist eh. Weil? Weil in zweieinhalb Minuten schaffen die das glaube ich nicht, den ganzen Raum fertig zu machen. Jetzt musst du mal... Jetzt hast du sie. Gibt es noch eine andere Person? Ja. Oh, ja. Ich sehe sie. Oh, jetzt hat sie sich da durchgeglitscht. Wo ist sie denn? Da kommst du nicht hin. Als Piggy. Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt da reingeglitscht ist und nicht mehr rauskommt. Weil so sieht es nämlich tatsächlich gerade aus. Ist sie zwischen einer Wand oder was? Nee, aber sie hat sich gerade irgendwie runterfallen lassen. Mhm. Und... Ist jetzt quasi in so einer Grube drin. Ja. Sie hat sich glaube ich auch gerade zurücksetzen müssen. Game over! Ja, du hast gewonnen. So. Vielleicht versuchen wir es jetzt nochmal in Kapitel 10. In der Mall. Ja. Das sieht eigentlich ganz interessant aus. Yes. Yes. Versuchen wir es mal da. Die Mall, ja? Ja. Siehst du, das letzte was wir gespielt haben war glaube ich City, also Chapter... Nein, Karneval. Die Leute wollen alle zu Karneval. Ich glaube wir müssen Kapitel 8 nochmal spielen. Nee. Aber das kennen wir doch. Oh, ich wollte die Mall aber spielen. Gut, dann spielen wir nochmal Kapitel 8. Traitor? Welche Kapitel habt ihr schon alle gespielt oder seid ihr schon mit allen durch, Leute? Gerne mal in die Kommentare damit. Seid ihr Piggy-Experten? Und was ist euer Lieblingskapitel bisher? Okay, Traitor. Ah, ich hatte schon beim ersten Mal Probleme hier. Ich finde Kapitel 8 extrem schwierig. Ja, das Problem ist, jetzt ist jemand hier der Verräter, ne? Ja, richtig. Und dann gibt es jetzt keinen Piggy oder was dafür? Ich glaube nicht anscheinend. Ich glaube ja. Ich habe einen gelben Schlüssel, falls wir damit irgendwo weitermachen können, sag mal Bescheid. Ja. Vor allem das haben wir hier schon, ah doch, ich habe doch Piggy. Das haben wir hier schon so oft gespielt und wir sind es immer noch nicht. Ah. Und das Karneval-Ding ist hier gar nicht mehr so groß. Ach, das ist hier für den Frisor. Ja. Ich habe den Hammer. Ja. Das kann ich damit machen. Also, aber das ist kein normaler Hammer. Kein Gewöhnlicher. Ich folge dir mal unauffällig. Was ist das denn? Vielleicht ist das für irgendein Spiel hier. Muss mal gucken. Ja. So. Hä? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Du bist es also, hä? Ja. Stimmt. Stimmt. Stimmt auffallend. Alles gut gespielt. Hast du damit gerechnet? Was soll das? Kann. Kann. Oh Gott. Hi. Oh Gott. Was soll das? Was soll das? Kann ich dir helfen? Hey, hör auf. Ohhhh. Ohhhh. Daniel wurde erwischt. Wieso? Oh, was soll ich denn das? Hast du davon? Was soll das? Das war mein Kapitel 11 jetzt. Das war Kapitel 12, was ich gerade gemacht habe. Was für Kapitel 12? Weil du mich veräppelt hast. Du bist so eifel. Natürlich habe ich dich veräppelt. Soll ich dir von Anfang an sagen, ich bin übrigens der Früchte. Ja, aber dass du dich da hinlockst und sagst, ja, da ist es und alles. Da hättest du es ja auch gebraucht. Das war's. Nö. Vorbei. Tschüss. Das war's. Kannst du ausmachen. Okay. Ja, Leute, ihr habt es gesehen. Da habe ich gerade mal wieder so richtig schön reingelegt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Kapitel mit Piggy. Tschüss.